Gewinnerauslosung des Gewinnspiels beim Fußballmagazin des Medienhauses Südkurier im August. Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein für drei Übernachtungen mit Frühstück für zwei Personen in der Tiroler Ferienregion Fiszafhaus Ladis. Wir haben die Preisfrage gestellt, welcher Fußballer aus Holland beeinflusste die Karriere von Matthias Kohler aus Mettingen. Und wir haben unheimlich viele richtige Zuschriften. Diesmal auch gar keine Falsche dabei. Die Lösung lautet der Johann Greuf. Und jetzt wird die Katrin Kartan aus unserer Anzeigeabteilung die Teilnehmer in den Topf werfen. Und dann schauen wir mal, Katrin, wer der glückliche Gewinner ist. Katrin rührt und mischt und macht. Und wen werden wir ziehen? Wer ist der Gewinner? Katrin? Felix Fässer. Felix Fässer hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!